Essen oder Schlafen? Essen. Strand oder Berge? Strand. Rechts oder Linksfuß? Rechts. Weil sie bei uns lernen, dass nicht nur das Verhalten auf dem Platz wichtig ist, sondern weil wir es schaffen, das Verhalten vom Platz in den Alltag zu übertragen. Julia, wie schaust du, wenn die Kinder im Camp mal wieder nicht torchen? Disney. Ein Ort, an den die Kids kommen können, wo sie all ihre Fragen stellen können, an dem wir auch mit ihnen an Sachen arbeiten können, die nichts mit dem Sport zu tun haben, aber dann am Ende des Tages gemeinsam auf dem Platz oder in der Halle stehen und das tun, was wir lieben. Julia, Camp bei minus 2 Grad oder bei 40 Grad im Schatten? 40 Grad im Schatten. Sport machen oder Sport schauen? Sport machen. Ed Sheeran oder Beyoncé? Ed Sheeran. 20 Grad im Schatten. 20 Grad im Schatten. 20 Grad im Schatten. 20 Grad im Schatten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017